Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Second Assault Bobbys. Heute Operation Firestorm 2014, auf Eroberung natürlich, und mit dabei der Neonatore und wir gehen ab, aber wie Schmitz Katz. Oh ja, ich bin der Buggingmeister. Oh ja, mit seinem Rumgelegge macht er den ganzen Server klar. Oh ja, ah Metro, ah ne, Metro, was rede ich hier? Firestorm, deine Lieblingsweb, wa? Ich will einfach nur mal direkt in den Tank rein, zwar als Sturmsoldat, aber ist ja auch egal. Also ich hau mich mal ganz kurz direkt zu den Einsatzziele, ich guck mir jetzt einfach mal Firestorm hier in 2014 an, mal sehen was hier passiert. Und da ist irgendwer doof, denn er will mich gerade zum Driften bringen. Hey, warum nicht? Jetzt kommt's, ich treffe einen Heli, Multikill. Ne, doch nicht. Weil wär's. Das wär ein feierlicher Abgang gewesen, ne? Ja. Gibt's ja auch nicht jeden Tag. Erste Runde Firestorm, du schießt irgendwo hin und pack Multikill, Heli down. Und wir sehen, auch auf Firestorm hat sich nicht wirklich viel geändert, wow. Naja, oh ja doch, also da hat sich, glaub ich, mehr geändert wie in Metro. Ja, aber es bleibt Firestorm, also es ist trotzdem noch Firestorm, ne? Ah, die Leiter ist an gleicher Stelle, das find ich gut. Die Leiter find ich nett. Puh, Heli down. Wow, alter. Danke, den wollte ich immer holen. Da ist noch einer. Hahaha. Jetzt macht den Fahrzeug kaputt, Junge. Wow, wo wart ihr? Hab ich den voll übersehen hier, meine Güte. Bin die noch am rumlecken? Ja, ein bisschen. Alter. Ich sag dir, es geht ab, Junge. Es geht einfach nur ab. Wir haben schon alle drei Einsatzziele. Obwohl ich nicht denke, dass es an uns beiden liegt. Aber trotzdem. Es ist einfach nur geil, wow. Mal schauen, wo unsere Grenzen jetzt sind hier. Da kommt doch ein kleiner Jeep. Mach ein Blatt. Wo ist er? Oh, der ist drinnen geblieben. Oh Gott, wie nehmlich muss man sein. Ich glaub, der hat nicht gecheckt, wenn man aussteckt. Alter, die Grenzen sind ja geil, ne? Da ist einer. Warte, 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 warte. Oh, ja. Und Hilfe zählt als Geld. Oh, ja. Ja, ich hab es hier in der Luft gerade. What the fuck? Alter. Ich hoffe, du bist Pionier. Nein. Nee. Wie geht das so nubig wie du? Er will uns töten. Er hat uns getötet. Haha. Alter, nicht schlecht. Klingt ja nur Pionier. Sterben muss man doch auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Igla oder wat? Wir nehmen die SR AW, ne? Ich geh mal direkt zu A, denn da sind paar Bobbys. Lass wir das Gebäude rein stürzen. Oh, ja. Da war einer drinnen. Ja, ich weiß. Hast du nen Kill bekommen? Nee. Ich schon. Oh, haha. Du schon? Ja. Ja, ist doch geil, Junge. Gleich der nächste. Irgends wer... Da drinnen. Robin. Ja. 19% Leben nur mehr. Ja, 74% hab ich den abgezogen. Und da kommt ein Heli runter. Okay. Ja, ist dat geil, Junge. Ist dat geil, oder ist dat geil? Ah, Firestorm ist einfach nur... Ich bin aber, ich bin aber mal, äh... Ich will mal wissen, ob dat ganze Gebäude da auch zum Einsturz gebracht werden kann. Hm. So. Naja, müssen wir mal ausprobieren, Delta. Alter, guck mal hier, guck mal hier, guck hier. Delta, komm. Da ist ein Leck. Sollen wir's reparieren? Reparieren wir den Leck. Nee, komm. Wow, 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 wow. Oh, oh mein Gott. Bitte sei Sunny. Bitte sei Sunny. Nee. 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 Ich wollte nicht sterben. Geh nie wieder über diese Pipeline. Meine Freundin ist ein Pudding-Klau. Sie klau... Sie klaut mir einfach mal'n Pudding hier, aber das geht auch gar nicht. Doch, natürlich geht das. Ja, nur weil ich hier Kekse klau, oder wat? Kann sie mir mal'n Pudding klauen, oder wat? Ja. Anscheinend. Hahaha. Alter, ich treffe hier auch grad gar nicht. Oh mein Gott. Was ist? Ja, fast gestorben. Aber nur fast. Vermögens denn du schon wiederum? Da ist ein Tank. Ich komm mit Tank. Und Oliver hat sich selbst getötet. Oh, jaaa. Vergehen egal. Ab wie, wie sonst noch wat, wa? Alter, wie Schnitzel, ey. Gehen ab wie, wie na Schnitzel, ey. Krass. Ha. Ha. Da, 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 da. Da gibt's'n, da gibt's... Da gibt's'n irgendwas. Ich drück mal drauf. Ich darf aber... Ist irgendwas jetzt passiert? Oh! Hoppla! Was? Ich hab... Da auf diesen Knopf drückt fangt der Turm anzubrennen und die Sniper da oben sind äh sterbend. Wow! Leider war gerade einer von uns da oben ne. Hab das nicht gewusst. Denk glaub ich oder? Ja. Helf mit. Ist klar. Ich hab den voll erwischt. Was? Will der mich verarschen? Ne. Helf. Helf. RPG hat mich getroffen. Ne oder? Doch. Tank, Viper und RPG. Sonst noch was? Tja. Zahlt sich aus. Hm? Welche? So schlimm. Okay bin wieder da. Boom! Das war die Rache Junge. Oh hast du zurück geholt ne? Hast du Bock wieder nen Tank zu haben? Nein, nein, nein. Scheiße. Dieser Old Terror der hat mich schon zweimal. Oh mein Gott. Hol du schon mal nen Tank. Ja wenn du bei mir joinst können wir da gleich tauschen ne? Hab schon nen Tank. Und ich wurde reanimiert. Und ich hol dich jetzt du Junge. Wo ist er? Ja. Ich weiß nicht ganz genau wo der ist. Aber er könnte schon tot sein. Ich geh schon mal zu C. Okay. Also Firestorm ist als... Also um Panzer zu fahren um einiges angenehmer ne? Als Metro meinst du? Ja WHAT it means. Ja, isn't pointless. Ja, ich geh coole no.. No what? Let's do not drop these pouches. Oder insult me it? So macht man das, Junge. So. Bin zu blöd, um Panzer zu fahren? Na klar, kommt einer von der Seite. Das darf doch nicht wahr sein, Junge. Wir holen mal wieder das M4-Gewehr raus. Wenn ich es überhaupt habe, ne? Oh doch, haben wir freigeschaltet. Also direkt draufpacken. Neo, gehen Sie bitte nicht drauf. Nein, er liegt da. Er liegt da. Töte ihn. C4, hau ab. Wo ist er? Wo ist er, verdammt? Ja, wo ist er? Schwer zu erklären. Er war unter dem Tank. Unter dem Tank, verdammt. Ja. Der hat sich unter den Tank gelegt. Hast du das auch nicht gesehen? Ey, das ist doch Assisi, oder? Elgarten, da ist er in der Nähe. Hinter dir jetzt. Relativ genau hinter dir. Hier hinten. Geiser. Na klar. Alter, wie kann man so schnell draufgehen? Ich kann es nicht fassen. Ich habe auch gerade... 5, 5. Ja, das ist eindeutig deine Map, Junge. Warum? Ja, weil ich schon wieder hier abnube. Ab in den Tank. Machen wir mal ein Loch rein. Ich meine, so ein schöner Fenster. Alter. Da ist doch eindeutig einer gelandet. Lade nach, lade nach, lade nach, lade nach, lade nach. Alter. Aber wenn ich dich jetzt kriege, Junge. Alter, keine Chance. Nackt. Abgespürt. Alter. Das darf nicht wahr sein. Mann. Ich wollte die Viper mit einer RPG runterholen. Und ja. Da gab es so einen kleinen Unfall. Was machst du denn da? Guck mal. Alter. Jeder hat es jetzt gesehen. Ich habe vorher geschossen. Hast du heute wieder eine Kackverbindung oder was? Nee. Der hat 14%. Hat mich trotzdem noch überlebt. Aber wir haben sowieso gewonnen. Und warum sporn ich bei Neo? Der ist doch wieder am Arsch der Welt. Hey, der ist doch schon lange nicht mehr gesehen. Oh ja. Da ist ne Viper. Da ist ne Viper. Ist klar. Okay, der fliegt. Wenn das jetzt was gewesen wäre. Da hinten ist einer. Jetzt habe ich mir aber was zusammengeschossen. Alter. Meinst du, ich habe den gesehen? Ey. In Battlefield 4 ist das so. Die sehen alle aus wie Wände. Neo. Sie kommen gerade zu dir, ne? Die Bobbys, die dich töten wollen. Boah, bis die mich töten wollen, sollen erst mal es schaffen, mich zu töten. Oh ja, noch zwei Wände geworfen, aber nix getroffen. Und da fallen die Helis runter. Ja, back to Firestorm. Und das war es leider auch schon mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Der銘 hat mich nicht mehr sehen. Und daangled Bish, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. verliert. Vielen Dank.